Boah, es war. Ja, grüße euch. Jetzt haben wir schon wieder 21.30 Uhr, den 2.07.2021. Nächster Trailer am Start. War ja gestern auch eine ganze Batterie nochmal gekommen vom Hartz-IV-Org. Wollte ich eigentlich ins Video gestern reinbringen. Das hätte sich dann aber auch zu lange dann erstreckt. Hab ich gedacht, gut, machen wir da heute noch ein bisschen was drüber. Und ja, Intelligente wären, kein Lockdown für Geimpfte und so weiter. Ich denke, auf das kann man sich durchaus reinpfeifen. Könnt ihr dann gerne tun bei VK, bei Bitschuh, die sich den Trailer bei Wignos TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile. Jo, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.